Heute Abend an? Hohe Schuhe, würdest du sagen? Auf jeden Fall. Und was fragt ihr so als Überteile? Weiß man nicht. Irgendwas weißes, glaube ich. Oder aus dem Glitzer. Ja. Und treffen? Ja, das müssen wir fahren. Ja. Okay, dann halb acht. Okay, cool. Dann sehen wir uns heute Abend. Tschüss. Ciao. Das ist so ein Enzym aus so einer Wurzel. Das ist voll selten. Aber zehn Euro, schon krass teuer. Also ich verdiene da nichts dran. Das sind nur die Unkosten. Bis wann kannst du es denn besorgen? Keine Ahnung. Nächste Woche? Wollt ihr auch was? Also ich kann genug organisieren. Ich weiß. Ich bin schon. Okay. Ja, okay. Na gut. Wo kriegst du denn das Zeug eigentlich her? Tja, ich habe ja nicht immer hier gewohnt. Da, wo ich herkomme, da gibt es alles. Du musst nur die Kohle haben. Ich dachte eigentlich, du wärst scheiße. Ja, und jetzt? Keine Ahnung. Vielleicht doch nicht. Deine Eltern haben echt Kohle, oder? Mir egal. Glaube ich nicht. Tja, dann halt nicht. Und deine? Keine Kohle. Aber ist mir auch egal. Wenn ich was will, dann kriege ich es. Wie denn? Zeig ich dir vielleicht mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.